Ja Leute und herzlich willkommen wieder hier bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute spiele ich mit King of Beat Steps und zwar der Verlierer muss zum Beispiel im Club austreten. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Jetzt geht's los! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich entscheide jetzt was King of Beat Steps machen muss. Und zwar muss er den Club verlassen. Er ist in keinem Club und jetzt geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich muss jetzt nochmal entscheiden was King of Beat Steps machen muss. Und zwar muss er an den Shop gehen und einen Skin für Münzen kaufen. So Leute, jetzt geht's wieder weiter mit der nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Check, check, check it out So Leute, King of Beats hat jetzt die Runde gewonnen, so jetzt muss uns entscheiden was ich kalt machen muss Sag mal an So Leute, das ist jetzt die letzte Runde und bis jetzt gleich wieder im Spiel Ja 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 под Ja Ja Nein Ja 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 erst unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.